Du weißt ja, woran es liegt, dann musstest du es wieder ausmachen. Und weißt du was? Wer ist jetzt die Profis? Drei, zwei, eins. Liebe Leute, ich wäre auf dem ersten Platz, wenn... Oh nein! 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 Oder wir nehmen den Panto? Nee, den Panto nicht. Den Issy. Issy? Ja, ich bin den Issy. Aber mit Verdeck-Often, ne? Wie mach ich das denn aus? Ich weiß das nicht mehr genau, aber ich glaube beide Controller-Dinger hier. War das nicht auf H drücken oder irgendwas? Ah, ich weiß das nicht, ne? Ich wäre auf jeden Fall auf dem ersten Platz, wenn ich hätte alle mitgespielt. Aber nein, der Bana hat mich ja hier manipuliert. Hm, manipuliert. So, jetzt bleiben wir erstmal alle stehen und machen Verdeck-Often. Genau. Genau! Das geht auf H, oder was? Hallo! Nee, auf H geht nicht. Wie geht das? Auf H, lange H gedrückt hat. Nein! Alles klar. Geht los, ey. Los! Erst das Dach raufmachen. So, Jensy, erstmal hier rausgenommen. Och, wir haben uns den nächsten Mal. Ja, die Cabrio-Lady kennt sich natürlich wieder aus. Jetzt läuft's ja! Nee, ich kenn mich nicht, aber... Ja, ist klar. Aber ich muss den Vorsprung mehr holen, weil sonst verliere ich schon wieder, das geht's nicht. Als Wind... Alter! Ja! 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 Nein! Es ging perfekt gut! Jetzt bist du ein kleines... Nee, jetzt verdammt! Oh, scheiße! Ich räume von hinten auf! Hauptsache, er räumt auf! Muss ja auch schonmal es doch abschrauben hier! Oh, oh! Ich glaube, du fliegst besser, Peter! Ah! Ja! Ah! Andere ist besser geflogen! Ist das ich? Kack-Schleuder! Ah, hier! Profi... Oh! Gott! Man darf den Boost eben nicht falsch einsetzen! Upsi... Oh, was wird's denn werden? Ja... Bestellen kann man eine 15... Boah! Ich hab'n angehobenes Heck, ey! Wie heißen nochmal die Autos mit angehobenem Heck? Ja, wo die Stoßdämpfer hinten so... so lang sind und da vorne die Tiefen... Keilvorberg! Ah! Warte mal, du meinst... Oh Gott, ich weiß noch was du meinst! Auto? Ach ja, und ich hab'ne schwebende kaputte Scheibe. Weil ich Verdeck weg hab. Läuft. Ey, wie heißen die Autos nochmal? Nicht die Lowrider, sondern die anderen davon. Die High... Oh, Highrider? Was ist denn das? Ah! Geh... Ach, du Arsch, ey! Ich bin hinterher gekommen! Mann! Gib mir hier voll Mühe! Bin voll zärtlich! Und du rammst schon wieder mit Vollkarrafe hoch! Oh, Mühe und Zärtlichkeit! Und der gibt alles! So, ich fahre langsam! Achtung! Uh! Ich darf mal nicht zu lang fahren! Weißt du ja, alte Frau mit 100, ne? Hallo! Oh, hier ist Kurven! Und runter! Ah! Oh, 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 oh! Nein! Lass mich raten, man kommt doch wieder auf der Strecke auf irgendwie, oh Gott! Ja, doch funktioniert! Man darf sich nur nicht bewegen! Still liegen bleiben! Und nicht zucken! Stehen bleiben, nicht zucken! Was ist das? Neee! Das ist doch kacke! Muss man hier runter? Nee, oder? Wo runter? Da, wo du auch bist wahrscheinlich? Ja, ich bin im Parkhaus gelandet und muss erstmal runterfahren, ja! Ich denke, wir müssen hoch! Wir müssen hoch, Jackie! Nee, ernsthaft! Ich war... Ich war... Ich war... Keine Ahnung... Was brauchst du mich mit so scheiß Maps, Jens? Äh, Bene! Was müssen wir denn jetzt hoch? Hör auf! Ich muss zurücksetzen! Achso, man muss hier... Verstehe, er hat das auch gesehen! Dom hat's schon geschafft! Ich weiß nicht mehr! Bene... Er war ja wieder klar! Und er sagt aber auch... Ich kenn niemand vorher! Ich bin so fair! Ja, eben! Ich kenn dich auch nicht! Hör... Hör auf! Ja, okay! Erwischt! Ich spiel die alle vorher heimlich! So viel Zeit! Willst du mich verarschen? 15 von 48! Will ich! Ich hab 20 von 48! Der Easy ist voll geil! Mit dem Panto wär das viel cooler gekocht! Jaaaa! Mit dem Panto wär das die Hölle! Und wenn die Karre hier erstmal schleudert, dann schleudert die, ne? Hm... Hat Bena auch grad gemerkt! Gaggele! So, gehen wir das jetzt lang hier! Ja! Irgendwie hört die sich so ein bisschen nach Elektro an! Ja, eben! Der hat auch zwei Auspuffs! Puffs! Wart Käppchen, wo kommst du denn her? Auspuff! Elektro-Tuning! Oh! 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 Das ist lecky hart! Baum! Bohm! Oh! 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 Das war doch grad so witzig! Oh! Oh! Erst hat's gesehen. Mache dich vom Stizzle, Junge. Nein, ich bin auf dem Acker. Naja, der fährt wieder auf. Das war ja klar. Ne Minute, Klauser. Ich habe eine Fliege auf dem Monitor sitzen. Das ist ein bisschen schwierig. Hau drauf. Tu es. Mache den Scheibenwischer an, dann geht's weg. Dann hast du zumindest ein Spinnennetz. Nein, das glaub ich dir jetzt nicht. Nein, glaub ich dir wirklich nicht. Was? Alles gut. Ich hab ganz gerne die Treppe hoch. Achso. Ich hab das mal gehabt. Ich hab wirklich gedacht, ich hab was auf dem Monitor kleben. Und hatte Protokast in der Innenansicht gefahren. Und hab dann auf meinem Monitor rumgepatscht. Aber dabei war das dann im Spiel eigentlich nur ein Dreckfetzen. Der da auf die Scheibe projiziert wurde. Das wär fies. Das war echt gut. Dahinter hatte ich Fingerabdrücke auf meinem Bildschirm. Kein Spinnennetz. Ne, kein Spinnennetz. War Monitor, nicht Handy. Natürlich. Natürlich. Ein Stein ist hier im Weg, ne? Oh, Gott sei Dank. Achtung, du fliegst ein Ziel. Du fliegst ein Ziel. Nein. Du nicht? Ne, er hat selbst Mund begangen. Mit Absicht? Ja. Kann die nicht. Die machen das ja sonst so nicht. Sie fliegt und siegt nicht. Guck mal, hat doch geklappt. Oh, Tatsache. Oh, jetzt ein Kaffee, ich hab zwei. Jetzt ein Kaffee, ich hab zwei. Ja, guck mal, ich hab jetzt zwei drin. Alter, pick hier, ich will feiern. Tatsache, der hat zwei Kaffee da drin. Lass mich aufsteigen, ich will da hin. Warte, 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 warte. Das will ich jetzt nicht. Sorry, Jens, ich würde gerne fragen. Ich will dein Kaffee haben. Gib mir dein Kaffee. Gib mir dein Kaffee. Gib mir dein Kaffee. Gib mir dein Kaffee. Hier ist zwei Kaffee drin. Jackie, denk mir schon, da ist eine Latte mit dabei. Klar, eine Latte ist auch noch versteckt. Doch. Oh, versteckt sogar. Ja, ist geproovt, hier ist keine Latte zu sehen. Aber bei Jackie, sag mal so, ich könnte dir auch eine abgeben, aber das ist ein Eiskaffee. Jens, fahre vorsichtig, das wird heiß im Schritt. Immer her mit den Latten. Das ist doch schon Eiskaffee, Mensch. Ich muss noch was bauen. Jetzt mal ein Bisschen, ey. Er fliegt. Ja, dann ist er auch ohne. Ja. Ah. Hoppla. Sei dir gegönnt jetzt, sei dir gegönnt. So. Der ist ja da. Der ist ja lecker meiner. Hätte Amish am Anfang nicht immer rausgekickt und es ist einfach gegangen, hätte ich jetzt gewonnen. Hätte, hätte, Verratkette. Oder was? Mhm. Oh, grand finale. Du, 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 du. Jacki, sonst drück ich den Knopf. W-äh, ach so. Komm doch her, du, so weit sitzt da doch nicht weg. Du weißt, das ist nach dem Training. Oh, Muskelkater. Hm, hör auf. Komm, bewege dich. Kommst nicht mal aus dem Sessel raus. Kannst du nicht aufs Bett fallen? Nee. Wieso ist da nicht so weit weg? Ich fahr jetzt mal ne richtige Gewinnerfarbe, fahr ich jetzt. Pissgelb? Oh Gott, ich bin bereit. Andua! Ich fahr jetzt schwarz, nur für Baum. Ich fahr jetzt ne richtige Gewinnerfarbe. Baum, wir grüßen dich. Alter, das wird schon wieder so feinart. Warum? Party hops. Bei mir hockelt das aber auch nicht. Ich weiß nicht was er hat. Ich auch nicht. Oh scheiße. Nvidia. Ich weiß nicht. Warte an, was passiert hier? Stabile 60 FPS. Stabile, hab ich FPS? Ja. Also ich hab zumindest mitbekommen, dass ich mich jetzt hier hart verschlagen habe. Alter, ich wär so ein Erster geworden auf der ganzen Welt. Das ist nicht so färre. Ach, den hat nicht sein Video Vertrag und weh. Was? Oh, wir fliegen zu dritt. Das ist ja cool. Ja, schön für euch. Freut euch. Und wie weit? Wo wollen wir denn hin? Was? Ich hab mal die Stamp-kamera ausgemacht. Ja, ich auch. Geht das? Ja. Weil ich bin nicht durch den Ring gefallen. Nein! Liebe Zuschauer, zeig ich euch wenigstens mal die Google-Stun-Kamera. Guck. Das macht bestätig oder was? Nee, 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 jetzt läuft sie wieder flüssig. Warum? Weil wir alle nicht mehr da sind oder so. Machst du mal los. Oh, ha. Was? Wie kommst du denn auf Platz 1? Wer? Ich weiß es nicht. Cheater an die Runde. Perfekt gemacht. Ich hab auch nicht die Stunt-Kamera ausgemacht. Ich hab ähm, loofen lassen quasi. Ja, loofen lassen. Lass mal loofen, ey. Haha. Das zum Thema Fahrstuhl. Fahrstuhl. Aber mit dem GP nicht zu machen. Doch. Letizier. Ja, ist klar. Na, schwindet doch mal. Was macht denn hier? Ach, Mann. Oh, danke. Oh, danke. Okay. Ja, der hat einen Schild angewandt, und hat nicht so richtig geklungen. Tja. Mhm. Mach ich immer gern. Okay. Wie gestern? Haha. Ja, das war ja eine Spezialgeschichte, das Tag jetzt. Also, du. Also, ein bisschen werbung will, der Peter bestimmt noch schalten. Haha. So, ich komm da nicht hoch. Der kriegt keinen. Haha. Sorry, Cardi. Ich glaub, ich krieg's falsch. Ich glaub ich auch. Nee, doch nicht. Okay, alles gut. Ich glaub ich hab'n Hänger. Klar, nach Schenkel raus. Oh, Jens. Also, mit der Farber hatte Marvin recht. Der ist eben. Nein! Haha. Komm, falter rein, falter rein! Ich meine, das war doch nicht reinfahren. Ist doch scheißegal, wer hängt in der Luft. Haha. Ich glaub, das ist ja fies. Extra gebremst. Ehrlich? Oh Gott, sorry. Also, im letzten Moment, Bena hat's doch geschaffen. Scheiß. Ja. Bena hat vorhin gesagt, er kommt dort nicht hoch. Das ist, glaub ich, falsch. Ich hab verstanden, der kriegt mich hoch, aber... Aber er hat nicht gesagt, dass er, dass wir beenden können. Scheißegal, er schafft's doch. Hier, easy. Gucken mal, ob ansonsten die Jackie, die Jens noch eingeholt hätte. Bestimmt. Also, spätestens damit wär' ich locker erst geworden, insgesamt. Hm. Ich hab extra gebremst und du haust davor rein. Es geht nicht. Das ist schon der dritte Punkt, ich bin dir geleistet. Ich bin ein Punkt hinter dir und ich hab's eigentlich nicht mitgespielt. Was willst du mir damit sagen, hä? Ja, ja. Gange Leistung. Hm. Heute Abend gibt's dir der Arsch mit Sohle. Wieder mit dem Teppichklopfer? Ja. Genau den Blick. Aber mit Schwung. Ja. Deswegen kann man auch nicht mehr sitzen momentan und die Arme sehen. Genau. Äh, richtig. Das liegt nicht am Training. Das liegt wirklich daran, dass ich... Also, ich steh auch die ganzen vom Rechnen. Richtig. Ja, ich mach die ganze... Wie nennt man das, wenn man in die Knie geht's wieder hoch? Kniebeuge. Ja. Kniebeuge. Mach ich die ganze Zeit. Seit drei Stunden. Oder so. Ja. Machst du noch Schluss? Also, das war eine wundervolle... Ist es schon? Ich möchte mich bedanken bei all den Zuschauern, die geguckt haben. Super, diese hübsche Geschichte, die so geprindelt hat in meine Bauchnabel. Und, äh, vielen Dank dafür. Bitte lasst dir eine Daumen oder zwei vielleicht oben für die Geschichten, die wir sonst doch haben. Instagram, Facebook, äh, und äh, Geschichten, die äh... Das nächste Mal gibt's Titten. Ganz einfach. Guck weiter. Zaaah! Ha, ha, ha. Ich bin ja gerade im Training. Nächstes Wochen ist Frischkönner. Alles klar. Tschüss Leute. Bis dahin. Tschüss.